Moin Mädels! Moin Jungs! Mein Name ist Kalle Kuschelzi und das ist GOAT OF DUTY! Kurzer Hinweis, es gibt jetzt Spandauer Papas Merch. Guck mal hier. Und hier auch nen Hut und Pulli und T-Shirt und alles. Guck in meinen Shop, Link in der Beschreibung. Könnt ihr bestellen. Gebt mir Geld. Hör auf! Viele von euch wissen es ja nicht. Ich bin absoluter FPS-Fan. Das heißt, ich spiele gerne Shooter. Und ja, mit GOAT OF DUTY dachte ich mir, steigen wir jetzt einfach mal in Genre wieder ein, ne? Bin ich gespannt, was das jetzt gibt, ne? Ein Boxtüm ist der Ziegenheld. Es gibt andere Boxtüme. Peppergeist, Lucha-Geist, Naru-Ziege. Naruto. So, jetzt geht's los. Es gibt ne andere! Da ist ne Ziege! Oh! Oh! Ich hab ne neue Waffe. Oh! 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 Ich hab Glatziege getötet! Oh! Ahaha! Baaaaaaat! Oh! 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 Ich bin tot. Was passiert mit mir? Ich habe R gedrückt. Ich wollte nachladen. Wenn man R drückt, dann verliert er. Was? Warum? Boah. Das geht aber ganz schön ab hier, die wilde Fahrt. So. Neue Weapon. Bitches liegen auf uns. League of Legends. Oh, hier ist eine Spritze. Geil. Boah, ist das eine Railgun? Yo. Ey, krass, das Game ist. Wow. Okay, Glatzi hat da irgendwie richtig einen weggemacht. Gangbonus jetzt aktiv? Ich reihe hier gar nichts. Ah. Oh. No scope. Okay, ich bin scheinbar einer der besten Sucker hier. Oh, Siege 9000. Voila. Das ist gut. Nein, 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 nein. Oh. Hier oben ist bestimmt Leben wieder, oder? Da hinten. Gib mir die Spritze in den Körper. Alter, Kopfschuss. Ich bin der beste Spieler in Call of Ziggy dieser Welt, oder nicht? Schwimm mit einem Sniper-Reifel, der hat mich immer gesehen. Kopfschuss. Alter, dieses Game. Ich bin E-Sport-Künstler. Look at this. 7-0 stehe ich. Abfahrt. Huh. Ah. Der schießt mit Messern. Frisst mein Messer. Ah. Oh mein Gott. Ich habe Ziggy 9000 wieder weggemacht. Ich glaube, er kann sich totstellen. Nein. Ah, nein. Das zieht nicht. Oh mein Gott. Oh. Oh. Holy shit. Also, wenn mich irgendjemand in Call of Ziggy hier rausfordern will, muss ich das nur sagen. Ich bin eine absolute Maschine in dem Game, Bruder. Hackfleisch. Code of Duty. Da ist er. Die Naruto-Kralle. Ich bin siebenfacher Serienmörder. Ordentlich Erfahrung gepumpt. Geil. So. Ich bin auf einem anderen Niveau unterwegs. Was steht hier? Der weltweit beste Spieler ist Kruthor. Und ich bin auf Platz 449.818. Was ist, wenn ich jetzt richtig hart reingrunde? Und ich habe jetzt schon 6000 Punkte. Und bin ich weltbester Spieler. Ab ins nächste Game. Das sind wieder die gleichen Leute. Wie geht das denn? Sag mal, zocke ich hier gegen Bots? Oh, die Ziege. What? Was war das für ein Jump? Ah, da, 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 da. Ah, eh. Wow. Ich habe keine bessere Waffe. Oh, der hat mich weggerannt. Was? Yes. Alter, die Bots sind stärker geworden. Abfahrt. Bumms, nicht aus dem Leben. Nur fünf life. I need life. Der trifft mich einfach nicht. Alter, der trifft mich einfach nicht. Wie bad. Alter, die Bots sind stärker geworden. Boing. Bing, 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 bong. Sniper rifle. So, den haben wir. Totstellen. Ich bin Gott. Ich kann fliegen. Kann ich mich hier so runter tumble? Uff. Gibt es hier Fallschaden? Ja, es gibt Fallschaden. Ich muss weltweit bester Spieler in God of Duty sein. Boah, ich bin weggebumst. Den haben wir. Den haben wir. Er schießt hier auf mich. So. Burn, you bitches! Woo! Au! My head is going down. Egal. Ich bin immer noch Erster. Siege 9000 hat noch jemanden bekommen. Immer noch bester Spieler. Die Frage ist, wie viel Geld habe ich jetzt? Wie viel Erfahrung? Wie viel? 19.546 hat der Erste. Wieviel haben wir jetzt? Wieso habe ich nur 6000 Punkte? Ich habe doch noch ein Spiel gemacht. So, Schnecklick ist es drauf gewesen. Er ist wieder raus. Ja, mein Game ist gecrasht. Geil. So, Leute. Ich habe jetzt ein paar Leute von meinem Discord gefragt, ob die mal mitteilen hier. Weil weltweit war ich der einzige menschliche Spieler offensichtlich, der es gezockt hat. So, und ihr seid eine Ziege, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ihr könnt Shift drücken. Guck mal, du kannst mich richtig... Schubst mich mal weg. Schubst mich mal weg. Boom! Kann man sprinten? Oh, Alter. What the fuck? Alter, Alter. So, und dann wirst du getötet. Alter. So. Ah, den habe ich natürlich direkt abgeholt. Geil. Ey, stopp. Ich bin irgendwie... Mein Kopf ist weg. Alles klar. Tschüss. Ach, du Scheiße. Was passiert, wenn man jetzt Shift drückt? Dann drück mal. W und Shift. Oh, Christ. Oh, die weg ist er mit. Oh, shit. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hier fliegen Raketen rein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Die Geräusche sind einfach so herrlich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ey, der ist ja OP. Der Scheiß kackt nix, Bobstar. Ihr müsst mich auch gewinnen lassen. Hallo. So, ich habe jetzt einen Flamethrower. Wisst ihr, was ein Flamethrower ist? Damit mache ich euch heiß. So, den habe ich gebraten. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, wohin? Ich bin einfach aus Gold. Pass auf. Oh, mein Gott, Junge. Alter, E-Sport-Title. E-Sport-Title. Oh, shit. Lass mich heilen. Aus, Zeit. Time out. Ah, 16 Abel. Wo bist du? Ich glaube, ich bin von dir weg. Ich glaube, ich bin von dir weg. Oh, shit. Ja, das ist eine Scheiße, Bruder. Oh, Alter. Oh, Alter. Alter, das ist mir richtig an den Bildschirm gespritzt. Das sah nicht gesund aus. Stopp, stopp, stopp. Nein. Oh, jetzt geht's los. Oh, Alter. Ich bin der Letzte. Ihr müsst mich gewinnen lassen fürs Video. Schnell, ich muss noch drei Kegel machen, nicht? Ich bin nicht gefallen. Ah, ja. Fühlt euch nicht. Hör auf zu springen. Ich werde einfach den Kegel brauchen. Bin ich jetzt Ressler oder nicht? Ich bin Letzter geworden. Okay, ich schmeiße alle raus. Raus hier. Raus, raus, raus. Raus aus meinem. Nee, raus. Ich brauche jemand anderes. Ich brauche einen Opfer. Irgendjemand, den ich 1v1 wegmachen kann. Nee, hey. Du wirst überrascht sein. Ich habe mir dieses Spielvorherstuhl gekauft gehabt und ein bisschen gezockt. Du hast das Spiel? Ich habe das Spiel gesehen und dachte mir, ja, sowas supporte ich. Das ist der Hammer. Max FPS erstmal hier, 144. Ja, na klar. E-Sport-Modus an. Ist eine ganz klare Kieße. Ja, klar. So, Henning. Oh Gott. 1v1. 4 Minuten 35 ab. Jetzt, ey, nicht schießen. Nein, drauf. Hier gibt kein Röder 10. Das ist E-Sport. Ey. Ich glaube, wir sind hier wirklich. Hier wird richtig geschlachtet, ne? Oh, da bist du. Ich brauche noch eine bessere Waffe. Vater. Warte. Was ist der? Oh. Nein. Du hast eine krasse Waffe. Alter, ich habe eine richtig krasse Waffe. Ich habe jetzt aber auch. Au. Wie du an dir vorbeigerauscht bist. Hier geht es runter. Hier geht es runter. Henning. Wo kann ich mich heilen? Oh. Ich habe mich hingelegt. Ich wollte nachladen, aber es hat nicht mitzunehmen. Wo warst du hier? Angst, Henning. Der ist stöhnt hier rum. Echt nicht. Macht meiner die ganze Zeit. Du musst antizipieren bei dem Spiel, glaube ich, Henning. Antizipieren. Oh mein Gott. Der steht da. Oh mein Gott. Irgendwo hier runter. Ich habe mich nur schreit. Oh, Alter. Ihr Knallz. Henning. Komm her. Was ist das für eine Waffe, Mann, die ich hier habe? Das ist eine Ganadenwerfer-Waffe-Geschichte. Henning. Henning. Da bist du. Friss. Du siehst so dumm aus. Wo? 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 Oh mein Gott. Du hast den Spot gefunden. Nein. Oh. Ok. Oh nein. Nein. Gotta run. Gotta run. Gotta run. Heilung. 60 Sekunden. Ja. Wichtiger Punkt. Henning, du bist so ruhig. Was ist los? Ich bin hier voller gespitzt. Ja, du musst einen Kill machen. 25 Sekunden. Nein! Aber es ist 2-2. 2 musste ich machen. Das Risiko kann ich nicht eingehen, Kalle. Ich verstehe, wie ich meine. Du hast gewonnen. Ja, klar habe ich gewonnen. Warst du effizient? Du Gott, warst du effizient. Übelst effizient. Hat Spaß gemacht. Schaut beim Henning vorbei. Tschüss. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.